Dies ist der Ausschnitt des Videos der informellen Unterhaltung zwischen dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble und seinem portugiesischen Kollegen Vitor Gaspar über eine Nachbesserung des Hilfspakets für Portugal. Das ist viel zufrieden. Das ist viel zufrieden. Als ich meine Mitglieder der Parlamentarie in Deutschland nicht glauben, dass unsere Entscheidungen sind sehr. Weil sie nicht glauben, dass unsere Entscheidungen sind. Wir haben eine sehr wichtige Programme auf der Europäischen Framework. Ja, das haben wir. Das ist viel zufrieden. Und jetzt muss es sein. Das ist viel zufrieden.